Ich bin heute etwas später zum schwarzen Ort gekommen, immerhin bin ich um 4 Uhr erst ins Bett gegangen. Es ist heute Morgen etwas diesig, auch kalt, minus 2 Grad, aber irgendwie nicht nasskalt, somit ist auch die Kälte kein Problem. Das Wasser ist auch wieder etwas gefallen, um 11 Uhr hatten wir Wasserpegel Worms 227 cm mit der Tendenz fallend. Und ich muss heute nicht lange warten, da hinten kommt bergwärts ein Schiffchen gefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Da hinten kommt der Tanker Monika, er fährt unter deutscher Flagge. Das Schiff ist 109 Meter lang und 12 Meter breit. Der Zielhafen ist die BASF in Ludwigshafen. Das schöne Schiffchen hat derzeit einen Tiefgang von 2,7 Meter und fährt 4,8 Knoten. Das sind 8,89 Stundenkilometer. Das Spannende Musik Wir sehen uns wiederkommen. Ich grüße heute besonders die YouTuber in München, in Frankfurt, Hamburg, Wien, New York und in Minsk. Allen Zusehern wünsche ich ein glückliches und vor allem ein gesundes neues Jahr. Mögen euch alle eure Träume in Erfüllung gehen. Auch die Freunde auf der anderen Rheinseite dürfen natürlich nicht vergessen werden. Ein besonderer Gruß geht nach Hamm und Aisch.